hallo ihr lieben heute wieder ein neues video heute ist tag 6 meiner challenge der fünfte achte und heute ist tag der unterwäsche er wurde vor 15 jahren also 2003 von einem amerikaner eingeführt ein strangest thema ich habe mir jetzt schon überlegt was ich da machen könnte und ich lege mal wieder los es kann wieder losgehen und 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 Das war's für heute. 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 Ich hoffe euch auch und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin.